Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Vum und Ehre anzunehmen bei Scharfseher Winn Aqualan in Durotar, an dieser Position. Vor Quest war Gorkwosh in die Hänge treiben. Und jetzt heißt genießt das Festmahl. Helf mit dem Boss Magor und den Peons. Also da darf man von allem was essen. Schwarz, Felskaffee. Gibt anscheinend keine Prozente. Nur Essen gibt Prozente. Und wie es aussieht... Oh! Bin jetzt bei 19%. Ähm... Die Besiegelung gibt auch Prozente. Und hier ist... Mal du... Ich brauche Boss Magor. Ich esse erstmal was. 30%. Wir bekommen noch ein paar Prozente wieder dazu. Yo! Yo! 5%! Seid gegrüßt! Boss Magor! Zeigt was ihr könnt! Jo! Und was ist jetzt? Aha! Jetzt darf ich den besiegern. Ich bin wie ihr seht Krieger und habe Item Level 395. Da habe ich nicht besonders viele Probleme. Ja! Der macht ein bisschen. Ach! Schummawang. Mit dem Schummawang kann man das unterbrechen. Ansonsten wird er sich ewig weiter anfeierend. Schummawang. Die waren 70. Man muss ganz schön viel essen. Also man muss von jedem Tisch was versuchen. Voll unhöflich. Aber gut, wenn das die Quest ist. Wieso nicht? Und jetzt ist fertig. Quest ist frei zur Abgabe. Bei wem? Ah! Hier. Quest ist abzugeben. Eiswahl. In Duvatar. An dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!